So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ihr seht schon, das ist eigentlich eine Folge Ramses Minus. Ich muss es aber heimlich unter einem anderen Namen rausbringen. Ich kämpfe bis zum Hut oder ich kämpfe bis der Hut bricht. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ich habe nämlich gesehen, wir haben ja nicht nur hier dieses komische Event Dunkle Flammen, was in einer Stunde 21 Minuten vorbei ist und deswegen ich ganz schnell noch meine Belohnung abholen muss. Das mache ich jetzt hier in dem Video extra, dass ihr das seht, was hier noch Cooles drin war. Da war ein Hundemon, hier gibt es nochmal 50 Flammen, Bonbons, 2500 Staub, 7500 Erfahrungspunkte. Jetzt muss ich mal das Hundemon bewerten, was ich gerade gekriegt habe. Zwei Sterne, passt mal auf, dieses Nibel kam vorhin auch aus der Aufgabe. Steht hier auch unten, gefangen in der befristeten Forschung und es war wieder mal ein hundertprozentiges aus der Forschung. Einfach so richtig cool in letzter Zeit. Hat man da viel Glück, muss man sagen. Macht in letzter Zeit auch trotzdem Spaß, gerade wenn man so viele Videos macht. Und jetzt seht ihr, ich habe ja noch diese, was heißt Forschung? Es ist Samstag, Sonntag war der Kampftag, das Kampfwochenende mit Turner, wo man so einen Hut kriegt. Und ich habe bisher die komplette Season noch nicht einmal GBL gezockt. Ich wollte ja Ramses Minus erstmal eine Pause machen und die nächste Season komplett auslassen. Deswegen habe ich noch nichts gemacht. Durch diese Quest, durch diese Forschung hier, muss ich jetzt. Ich werde ja gezwungen. Ich meine, ich will ja diesen super stylischen Hut haben. Außerdem gibt es da wieder eine Top-Lade-TM. Ich hoffe zumindest, dass es eine Top-Lade-TM ist. Und drei Bonbons. Ich habe jetzt schon fünf Kämpfe gemacht und die fünf Kämpfe haben eigentlich auch Spaß gemacht. Und deswegen möchte ich die anderen fünf Kämpfe jetzt hier mit euch machen, um dann das abzuholen, den Hut abzuholen und dann hoffentlich fertig zu sein. Was gibt es noch? Nichts. Das ist das, das ist das, das ist das. Irgendwie glaube ich, ich habe irgendwas vergessen. Ach nee, das ist ja hier in der GBL. Und zwar habe ich die Belohnung hier auch noch nicht abgeholt von den fünf Kämpfen, die ich bisher gemacht habe. Ihr seht, ich bin immer noch Rang 1 momentan. Normalerweise bin ich immer Rang 21. Ich bin Rang 1. Ich habe fünf Siege, fünf Kämpfe, längste Serie 5. Wir wollen jetzt hier weiter. Euch wollte ich nämlich noch zeigen, was die Pokémon-Belohnung ist, die ich mir selber auch noch nicht angeguckt habe. Da gibt es noch Staub und dann die fünf Kämpfe machen. Und dann, uh, ein wildes Stahlobor mit 1666 WP. Das ist eine sehr interessante WP-Kombination. Eins und sechs und sechs und sechs. Jetzt steigen wir auf Rang 2. Wir haben fünf Kämpfe gewonnen. Kriegen nochmal Staub. Weil ich so gierig bin, muss ich jetzt direkt auch das Stahlobor bewerben. Und es ist schlecht. Das heißt, eigentlich können wir es direkt wegschicken. Wir gehen wieder auf Kämpfe. Das, was da so schnarcht im Hintergrund gerade, dieses Geräusch, was da war, das ist das Muttertier. Die liegt nämlich, guck dir das an. Oh Mann, lass mich in Ruhe. Die liegt nämlich hier und schläft einfach. Und ratzt sich einen weg. Wir wollen nämlich gleich 19 Uhr ins Kino. zu Fast and Furious 10. Ich nehme das hier am Sonntagabend auf. Deswegen muss ich das jetzt machen. Ich habe gesehen, es gibt ganz besondere Ligen, die man gerade machen kann. Und wir haben hier die Meister-Premier-Liga. Wo ich nicht mein normales Meister-Liga-Team nehmen kann. Aus Togglekiss. Die Jalga. Und das war eigentlich das dritte. Giratina. Togglekiss kann ich zwar immer noch nehmen. Aber habe mich jetzt noch für einen Dragoran und Metagross entschieden. Dragoran und Metagross sind beide in diesem Beispiel Kryptos. Alle auf Level 50. Aber nur das Togglekiss hat 100%. Mit diesem Team habe ich die ersten 5 Matches gemacht. Versuche ich jetzt die zweiten 5 Matches zu machen. Das wird die Leute freuen. Die trotzdem gerne Ramses Minus. Das PvP-Format ohne Sinn und Verstand geguckt haben. Dass die jetzt trotzdem 5 Kämpfe Ramses Minus bekommen. Maximus Tracks. Okay. Togglekiss. Metagross. Hm. Das ist aber komisch. Das war die ganze Zeit nicht so. Die ganze Zeit haben vorne... Jeder hat einen Drachen drin gehabt. Und ich habe einfach immer alles weggerust. Jetzt kommt der erste Kampf, den ich aufnehme. Und schon kommt jemand mit einem Metagross vorne drin. Das ist wieder mal wunderbar. Das setzt mich wieder komplett unter Druck. Jetzt hat er natürlich immer noch sein Metagross. Jetzt holt er hier ein Despo da rein. Es sieht zumindest so aus, als würde ich gut Schaden machen. Ich muss jetzt auch wahrscheinlich alles auf eine Karte setzen. Der nimmt seine Schilde. Ich nehme dann meine Schilde. Dass ich mit meinem Metagross, seinen Metagross vielleicht trotzdem immer noch... Hier ist sehr effektiv weg. Kommt er mit Metagross zurück? Ne, er hat einen Drachen und auch noch mit Boden. Und... Oh, ich kann immer noch nicht wechseln. Hör jetzt auf, mir deinen Boden attacken. Mein Metagross anzugreifen. Lass den in Ruhe. Ich habe nichts, was Boden hat. Das ist das Problem. Mit Dragoran gegen seinen Metagross. Das ist halt... Uh, guck dir das an. Jetzt lad noch einmal auf. Lass dich nicht lumpen. Wir müssen uns gegenseitig verdreschen. Ich habe noch zwei Schilde. Ich muss das jetzt alles nutzen. Vielleicht sollte ich die anderen zwei trotzdem opfern, oder? Hole ich die erst rein? Opfer ich die? Ich will jetzt erstmal einmal gucken, wie viel Schaden mache ich denn noch? Der muss schilden. Dann ist schon mal das Schild weg. Das ist schon mal ein, was Gutes, ja? Ich habe ja gute Chancen, das hier noch zu gewinnen. Ich muss nur irgendwie mal taktisch klug vorgehen. Ich wechsle jetzt auch einfach mal auf meinen Dragoran. Weil das ist ja auch ein Krypto. Und bitte nicht das Schild benutzen. Das wäre fatal. Das brauche ich noch, um meinen Metagross zu schützen. Er macht hier Sternenhieb. Vielleicht komme ich ja zu einer Drachenklaue. Drachenklaue setzt ja eigentlich schnell ein. Ja, ich komme zur Drachenklaue. Das Dragoran hat total rote Augen. Das sind die schlaflosen Nächte mit Jonas, wenn er nachts immer schreit. Und dann die Windel gemacht werden muss. Dann kriegt man auch rote Augen, wenn er einen Schlafentzug hat. Jetzt kommt er hier an. Ich lasse es durch. Ich hätte es mit dem Dragoran, glaube ich, jetzt einfach fertig machen können. Aber mir ist egal. Wir machen es so. Komm, wir holen das Toggelkiss aus Spaß rein und sagen, Guck mal, du bist effektiv gegen mich. Aber ich besiege dich trotzdem. Weil ich bin Toggelkiss. Jetzt guckt euch mal Teil 2 an. Nicht nur, dass die da liegt und schläft. Der liegt halt einfach auch da und schläft. Also die liegen alle faul hier rum. Das ist unglaublich, was die da machen. Adi, Schatz. Ja, der Schwanz hat sich wenigstens bewegt jetzt. Oh, Digger, spiel doch GBL und lass mich in Ruhe jetzt. So, und du, denk dran, um 19 Uhr geht es los. Also müssen wir losfahren und ich weiß gar nicht, wohin. So, Meisterprämie, jetzt, pass auf. Adi, Schatz, willst du mit ins Kino? Wie ein Diesel mit seiner Penisnase angucken, weil der ist immer so lustig. Ich kann ihn absolut nicht leiden. Hat er doch gar nicht. Was? So eine Nase. So eine Nase. Was hat er denn für eine Nase? Darüber reden wir nicht. Eine gute Nase. Der greift an, dass sie gut ausbleiben wird drin. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er sonst noch hat. Ich würde einmal schilden und trotzdem, glaube ich, aufs Metacross rauswechseln, weil das auch sehr effektiv und brutal ist. Aber dann kann es natürlich sein, dass er auch wechselt. Ich weiß nicht, was er dann hat. Und er ist erst mal überrascht. Er macht erst mal nichts. Er bleibt drin. Er kommt jetzt mit einer Lawine, oder was? Komm, ich schilde. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich weiß nicht, wie stark mich das trifft. Wahrscheinlich jetzt mich gar nicht getroffen. Kommt er also jetzt mit? Wasser. Garados. Äh. Ich habe ja noch ein Dragoran. Verraten Sie es, Keim. Machen wir mal so. Keim? Wo sind die Keime? So. Ja, ich habe kein Schild mehr, Garados. Das weißt du ganz genau. Aber vielleicht kann ich jetzt dein zweites Schild noch rausloggen. Und dann habe ich wieder freie Bahn. Dragoran. Denn du bist ja Flug und... Warte mal, der ist Flug und Wasser. Der ist gar kein Drache. Der ist... Flug? Verdammt. Der ist Flug und Wasser. Was mache ich jetzt mit dem? Der kann doch aber selber Drachen-Hufs. Das heißt, mein Dragoran kriegt ja ordentlich eine gelascht. Wutanfall. Das ist... Ich lebe noch. Aber weil das Dragoran-Crypto ist, hole ich jetzt das Dragoran. Und mache trotzdem boom, boom, boom. In der Hoffnung. Es fallen alle um. Es hat bis jetzt funktioniert. Despot da kommt rein. Jetzt machen wir mal den. Drachenklaue. Eins, zwei, drei. Könnte ich mir Togglekiss, glaube ich, sowieso nichts anrichten. Das ist ja bestimmt... Lass den mal Katapult haben. Gesteinsattacken gegen mich. Dann ziehe ich eh den Kürzeren. So, ich wechsle jetzt mal kurz rein aufs Togglekiss und sage so... Hallo. Ich wusste gar nicht, dass du es bist. Der macht Knirscher. Was so lange dauert, muss Knirscher sein. Und? Steinkante. So, fertig. Tot bin ich. Das hat er mal wieder geschickt gemacht. Aber Dragoran ist ja immer noch da. Hat auch immer noch rote Augen. War ja komisch, wenn nicht. Das ist ja gerade mal der zweite Kampf. Hallo. Ich dachte, das geht übelst schnell, jetzt hier die fünf Matches durchzumachen. Ich muss mich beeilen, wenn wir so um 19 Uhr ins Kino fahren. Aber die liegt ja immer noch da und schläft. Und eine Art die genauso. Ja, dann gehen wir halt nicht ins Kino. Dann rufe ich halt an. Die sollen den Film wieder ausmachen. Rausnehmen. Das ist ja auch genug. Der ist schon so lange gelaufen. Wer jetzt nicht im Kino war, der will ja auch eigentlich gar nicht hin. Oder? So ist es doch meistens. So. Drei. Sieht aber nicht so aus. Taurus. Taurus. Und er hat wieder einen Metacross vorne drin. Warum? Wechsle ich jetzt auch aufs Metacross und sage, komm Bruder. Wir machen gegenseitig nicht effektive Dinge. Und er wechselt auf Toggekiss. Das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Ich habe doch nur Stahlmoves. Überall. Weg mit dem Toggekiss. Genau. Und er schildert nicht mal. Er lässt das einfach so stehen. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Also, das ist... Ja. Ich möchte meinen Metacross aber behalten. Für andere Dinge. Hoffe, dass ich dann irgendwann wieder wechseln kann. Vielleicht lässt er den jetzt auch durch. Nicht so dumm kann er nicht sein. Der muss den jetzt auf jeden Fall schilden. So. Obwohl, vielleicht will er auch, dass es schnell vorbei ist. Jetzt kommt er rein mit S. Ich kann immer noch nicht wechseln. Wie lange dauert das denn, bis man wechseln kann? Das kann doch nicht sein. Ich muss schilden. Wieder. Ich muss schilden, weil... Ich brauche den ja jetzt. Und ich hebe mir den Sternenhieb auch auf. Und gehe auf. Pass auf. Ich gehe jetzt auf Dragoran. Mach den Rest so. Habe ich mir eine Drachenklaue? Habe ich mir was anderes? Was hat er jetzt? Nochmal Metacross Stahl irgendwas? Ich dachte, wir schaffen es vielleicht, den Wutanfall voll zu machen. Nee. Wie doll trifft Sternenhieb? Doll, aber nicht doll genug. Oh, ich bin weg. Und er hat auch noch ein... Ja, und ich habe noch ein Metacross. Und er hat aber auch noch ein Schild übrig. Was er jetzt wohl sicherlich einsetzt. Meinen Metacross weg macht. Und ich dann mit meinem Toggekiss eigentlich gar nichts mehr machen kann. Äh... Ja, er arbeitet euch gegenseitig runter. Aber er setzt nicht ein. Er hätte doch jetzt einen Move machen müssen. Dass ich weg bin. Nö, habe ich lieber meinen nochmal voll. Hau noch einen drauf. Aber jetzt hat er bestimmt einen Sternenhieb auf das Toggekiss. Und das Toggekiss fällt um. Los, Toggekiss. Rückwärts Saldo. Hm. Ich glaube, die Siegeserie wird nicht 10 sein. 10 Kämpfe, 10 Siege. Guck dir das an. Oh, ich habe noch Energie übrig. Ein Rückwärts Saldo, noch einen. Und nein. Kurz vor Nackig. Hau da noch einen raus. Ich hätte auch so verloren. Ich sehe es doch. Er hat doch jetzt schon mehr Energie über als ich. Auch ohne diesen Move hätte er mich geplättet. Das war der dritte Kampf. Es ist 51. Ich muss den vierten Kampf machen. Ich muss zwei Kämpfe noch machen. Den vierten und den fünften. Möchtest du jetzt aufstehen? Und dir eine andere Hose anziehen? Und Schuhe? Was? Ja, aber ich weiß doch gar nicht. Das sind ja auch Ampeln in der Stadt. Und dann verfährt man sich auch erst mal fünfmal. Wenn man da noch nie lang gefahren ist. Und das ist halt einfach alles anders. Und dann... Das mache ich doch. Aber das weiß doch nicht genau, was gerade los ist. Das zeigt dir keine roten Ampeln an und berechnet die ein. Das Navi macht irgendwas. So, wir lassen es mal durch in der Hoffnung, es ist nass. Nassschweif, es ist auch Nassschweif. Wir machen mal Antikkraft, weil das ist ja Stein gegen den Flug. So. Das ist sehr schön, ist das. Guck es dir an. Sehr effektiv. Was ist Ursa Luna? Boden und normal. Bring mich halt um. Was weiß ich. Metacross gegen Boden, nix. Kann das überhaupt. Das hat Donnerschlag. Ach, ich nehme jetzt einfach Dragoran wieder rein. Das ist... Ja, macht ein bisschen Schaden wenigstens. Wir haben beide noch alle Moves. Äh, alle Schilde. Hm. Es schildert, es schildert. Wenn er nochmal Elektro macht. Ich bin ein Flugsaurier. Da muss ich das natürlich abwehren. Donnerschlag. Und jetzt bitte geh kaputt. Fall um. Mach irgendwas. Er ist weg. Die Drachenklaue trifft dann auf sein. Es ist nochmal Despo da. Ah, Despo da, Despo da. Gestein und Metacross haben wir auch noch. Er braucht halt ziemlich lange. Wir wissen es ja. Wir wissen es ja. Wir wissen es ja. Wir machen nochmal Drachenklaue. Er lädt sich gerade auf. Ich weiß nicht, wie wir das mit Metacross machen. Oder hätte ich vorher schon wechseln sollen. Metacross aufladen. Da ist ein bisschen was. Wir haben noch ein Schild. Ist noch nicht zu spät. So, guck. Wir sind sehr effektiv. Er auch. Aber wir schilden. Kein Problem. Ein, zwei Moves jetzt. Und er ist weg. Müsste passen. Knirscher. Rot. Stirb. Vier Forschungsaufgaben aktualiert. Und der fünfte Kampf steht noch aus. Es ist 53. Oh, Müs. Mal los. Das. Da kannst du Gift drauf nehmen. Genau. So, nächstes. Was ist da schon wieder? Gegner wird gesucht. Kampf beginnt. Mr. Invisible. Seht ihn euch an. Mareike. Das ist bestimmt ein Typ. Wer so offensichtlich sich Frauennamen gibt, der möchte ablenken. Es ist wieder Metagross. Wir wechseln wieder auf Metagross. Warum auch immer. Jetzt wechselt er bestimmt gleich raus mit seinem Metagross. Er macht einen Move. Wir lassen den Move durch. Kann er eigentlich auch Erdbeben? Sternenhieb. Sternenhieb. So, wir sind im gelben Bereich. Er kommt hoffentlich auch in den gelben Bereich. In den Backstage-Bereich. Genau. Das Sternenhieb. Er wird ab. Ich zählte mich am Boden. So, er kommt wieder. Diesmal wäre ich ab. Das ist... Ja. Wenn er das so möchte, dann machen wir es ihm gleich nach. Jetzt eher gelb. Mein Move ging nicht mal durch. Aber eher gelb. Ich mache ja mehr Schaden als Krypto. Ich halte weniger aus als Krypto. Und er lässt... Oh, er hat... Jetzt hat er durchgelassen. Und er ist auch weg. Er ist weg. Beide ein Schild. Er kommt mit. Nichts mit Boden, bitte. Uh, Boden und Drache. Ich wechsel auf Togekiss. Pass auf. Ich bin Togekiss. Und er wechselt nochmal. Diesmal auf Leta King. Das ist doch ein Troll. Wie kann man denn jetzt Leta King reinholen und sich einfach auf den Boden legen? Ich schilde jetzt. Weil das ist mir zu suspekt. Bodyslam. Jetzt habe ich schon gedrückt auf Antikkraft. Vielleicht steigert es meinen Angriff und meine Verteidigung. Er legt sich faul vor mich. Erinnert mich an Adi, wenn er mit Molly immer beeft. Und dann plötzlich mitten im Gefecht legt er sich hin und rollt sich durch die Gegend. Und zeigt ihr so wie... Ach, naja. Das ist mir doch alles wurscht. Der nimmt die gar nicht ernst als Gegner. So wie er mich. Also legt er sich da hin mit seiner Schweinenase. Bodyslam. Weg. Ach nee, warte, er hat ja noch sein Dinosaurier-Drachen-Ding. Knackrack. Ist noch über. Nochmal hochgeladen. Draufgezimmert. Abgewehrt. Er wehrt da nochmal. Ich kann gar nicht mehr wehren. Was kann er denn schon großartig machen? Drachenmoves. Erdkräftemoves. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Damit Dragoran auch mal dran war. Komm, wir wechseln nochmal auf Dragoran. Du darfst jetzt den entscheidenden Schlag machen. Das stinkende Dragoran mit dem komischen Geruchsschweif. Der ist auf jeden Fall wichtig. Wir haben gewonnen. 2.269. So, holen wir mal ab. Das, das, das. Das letzte geht ja nicht. Was ist die Pokémon-Belohnung? Ein Merl. Blauer Ball fürs blaue Merl. Gehen wir rein. Gehen auf den nächsten Rang. 3. Aber das Video ist schon aus. Das war die ganze GBL-Season, die ihr von mir zu sehen bekommt. Außer es ist nochmal ein Kampftag da. Merl noch bewerten. Das ist wichtig. Schlecht. Und. Hier abholen. Erfahrungspunkte. Nehmen wir mal mit. Sonst ist es nämlich weg. Drei Sanderbonbon. Eine Top-Lade-TM. Und ein Hut im Stil von Dörner. Ja, hier können wir noch Staub mitnehmen. Weil den Rest werden wir leider nicht machen. Danke trotzdem an Heiko, der mir für 1 Euro diese Forschung gegeben hat. Deswegen heißt ja mein Buddy jetzt auch FVN2018AMK. Weil das immer die Leute sind, die mir ein Ticket geben. Den Namen von denen werde ich jetzt immer an den Buddy dran schreiben. Ansonsten bin ich fertig. Hier kann ich noch reingucken. Ein Reißlaus. Boah. Reißlaus. Auch gucken. Wie geht's dir Reißlaus? Was machst du so? Nichts. Sollen wir mal den Hut aufsetzen? Noch kurz. Schrank. Finde ich den Hut überhaupt? Mützen. Mützen. Ich gehe einfach bis runter und sehe, dass ich so das nicht sehe und kriege. Ich verstehe. Ist da ein System drin oder ist da kein System drin? Wie kriegt man das? Was ist das? Ah, Digga. Dieses iPhone. Dagger. Dagger der iPhone. Jetzt habe ich vergessen, wie der Hut überhaupt aussah. Ja, Ramses ist doch ganz einfach. Das steht immer bei aktuell. Genau. Oh, nee. Ach, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wo die blöde Mütze ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Nicht, dass die nur freigeschalten ist und ich muss die trotzdem noch kaufen. Vor allem sagen die, der Shop ist übersichtlicher. Ich finde das mit dem Scrollen hier viel, viel schlimmer als vorher. Vorher war das irgendwie cool und jetzt ist das irgendwie so. Da blicke ich nicht durch. Jetzt bin ich bestimmt schon fünfmal vorbeigescrollt. So. Ah, da ist der Hut. Der sieht aber doof aus. Also, kein Hut für mich. Der Hut bleibt weg. Ich habe den gar nicht ausgewählt. Wieso ist der Hut jetzt da drauf? Es kann doch nicht sein, dass die mir jetzt diesen Hut da drauf zimmern. Naja, egal. Den muss ich jetzt schnell wieder wegmachen. Und dann war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses. Wie weit seid ihr gerade in der GBL? Habt ihr euch die Forschung geholt? Macht die GBL Spaß? Was ist eure Lieblingsliga? Was ist euer Team, mit dem ihr am meisten rumratzt? Es ist 19 Uhr. Peace out, vorhaut. Euer Ramses. Peace out, vorhaut.